Was ist Eosinophilie? Eosinophilie bezieht sich auf die Bildung von zu hohen Mengen an Eosinophilen. Eosinophile sind weiße Blutkörperchen, die im Knochenmark hergestellt werden und in der Magen- und Blutbahnauskleidung vorkommen. Normalerweise enthalten Eosinophile bestimmte Proteine oder Substanzen, die den Körper bei der Bekämpfung von Infektionen unterstützen. Bestimmte Krankheiten wie die Eosinophile-Pneumonie werden im Allgemeinen durch eine große Ansammlung von Eosinophilen im Lungengewebe verursacht. Im Allgemeinen tritt Eosinophilie in Gegenwart anderer Erkrankungen auf, ZB bei allergischen Erkrankungen. Einige allergische Erkrankungen, die das Auftreten von Eosinophilie erhöhen können, sind Heuschnupfen und Asthma. Andere Ursachen können Vaskulitis, Lungenerkrankung und Leberzirrhose sein. Gelegentlich können seltene Hauterkrankungen und bestimmte Tumoren zur Inzidenz von Eosinophilie beitragen. In der Regel können bestimmte Faktoren das Risiko für die Entwicklung einer Eosinophilie erhöhen. Diese Risikofaktoren können Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten, Nahrungsmittelallergien und Eczemen umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Obwohl diese Zustände Risikofaktoren für Eosinophilie sein können, werden die meisten Personen, die an ihnen leiden, diese Erkrankung nicht erleben. Es kann jedoch ratsam sein, einen Arzt zu warnen, wenn der Patient Risikofaktoren hat, damit er auf mögliche Symptome hin beobachtet werden kann. Häufige Symptome im Zusammenhang mit Eosinophilie können Kurzatmigkeit, Keuchen und Husten sein. Manchmal können Durchfall und Bauchschmerzen vorhanden sein. Seltene Manifestationen dieser Erkrankung können Nachtschweiß, Gewichtsverlust und Hautausschläge sein. Im Allgemeinen sollte bei Patienten, bei denen diese Symptome auftreten, nicht von einer Eosinophilie ausgegangen werden. Meistens hängen die Symptome mit anderen, weniger bedrohlichen Erkrankungen zusammen. Obwohl diese Bedingung nicht üblich ist, sollten die Patienten ihren Arzt benachrichtigen, wenn diese Symptome auftreten. Die Diagnose kann Bluttests umfassen, um eine Überhäufigkeit von Eosinophilen im Blut, Röntgen Aufnahmen der Brust und eine Biopsie der Haut festzustellen. Typischerweise wird eine Hautbiopsie durchgeführt, um hohe Konzentrationen von Eosinophilen im Hautgewebe nachzuweisen. Gelegentlich kann auch ein Knochenmarkstest und eine Computertomographie des Abdomens und der Brust angeordnet werden, wenn Symptome auftreten. Wenn der Allgemeinarzt keine Diagnose erhält, kann er den Patienten an einen Hämatologen verweisen. Hämatologen sind auf Blutzustände spezialisierte Ärzte. Die Behandlung von Eosinophilen mit hohen Spiegeln kann eine medikamentöse Behandlung mit Corticosteroiden umfassen. Im Allgemeinen sind Corticosteroide bei der Behandlung allergischer Manifestationen und der Verringerung der Menge an Eosinophilen in der Blutbahn wirksam. Diese Medikamente können inhalativ, topisch oder durch Injektion verabreicht werden. Die Behandlung dieses Zustands mit Steroid-Medikamenten kann zur Linderung der Symptome wirksam sein, aber Corticosteroide können Nebenwirkungen verursachen. Nutzen und Risiken sollten mit einem Arzt besprochen werden.